Das Sprichwort, jemand ist mit dem falschen Fuß aufgestanden, sagt viel über die Mentalität der Deutschen. Hat der Tag schon schlecht begonnen, dann ist er halb gelaufen. Aber Spaß beiseite, es gibt tatsächlich Dinge beim Aufstehen, die man beachten und Fehler, die man vermeiden sollte. Während man schläft, beruhigt sich der Körper. Normalerweise agile Muskeln versteifen sich leicht, das Blut fließt in die Waagerechte. Und wer jetzt abrupt aufsteht, der bekommt das zu spüren. Der Rücken schmerzt dann, das Blut fließt zurück in die Beine, was zu Schwindel führen kann. Gewöhnen Sie Ihren Körper also behutsam an die aufrechte Position. Grelles Licht am Morgen ist einfach nur unangenehm, da erscheint es angenehmer, sich im Dämmerlicht frisch zu machen. Doch gerade morgens braucht der Körper jede Menge Tageslicht. Je mehr er davon bekommt, desto leichter fällt es, die Physiologie auf den Tag einzustellen und die innere Uhr in den richtigen Takt zu bringen, so dass man abends auch wieder einschlafen kann. Scheuen Sie sich also nicht, die Rollläden aufzureißen und ihre dunkle Höhle zu verlassen. Die meisten Menschen gönnen sich erst gegen 13 Uhr eine Ruhepause und tun sich etwas Gutes. Da ist aber der halbe Tag schon vorbei. Wer bereits morgens seinem Körper etwas Gutes tut und mit Freude in den Tag startet, der kann den gesamten Tag davon zehren. Das kann eine Runde Yoga am Morgen sein, ein leckeres Frühstück oder einfach 10 Minuten mehr Zeit zum Aufwachen. Vermeintlich schlaue Aufstehfüchse glauben, es sei eine besonders clevere Idee, den Wecker auf 6.15 Uhr zu stellen, wenn man erst um 7 Uhr aufstehen muss und dann freudig nochmal einzuschlafen, weil der Wecker ja später nochmal klingelt. Das ist ein Trugschluss. Denn wer einmal aufgewacht ist, der erreicht so schnell nicht mehr die Tiefschlafphase und unterm Strich raubt man sich dadurch nur eine Dreiviertelstunde wertvolle Regenerationszeit. Genauso wie es wenig förderlich ist, direkt vor dem Einschlafen Sport zu machen, macht es auch keinen Sinn, direkt nach dem Aufstehen joggen zu gehen, denn die Energiespeicher sind jetzt aufgebraucht. Es ist also der denkbar schlechteste Augenblick, dem Körper noch weitere Energie zu rauben. Viel wichtiger ist nun, Energie zuzuführen, den Stoffwechsel in Gang zu bringen, zum Beispiel durch ein gesundes Frühstück. Und trinken Sie etwas, denn das letzte Glas Wasser ist vermutlich schon eine ganze Weile her.